Hallo, mein Name ist Philipp Janssen und heute geht es um das ET403 Videobeleuchtungskit oder Studiosystem. Dieses System kennen bestimmt die meisten von euch über das sehr bekannte Bild auf Ebay oder Amazon, wo man dann diese beiden Leuchten sieht und diesen Galgen. Das ist genau dieses System. Man findet meistens nicht den Namen dabei, sondern einfach nur irgendwie Studioset. Aber ansonsten, dieses Bild sieht man fast überall. Ich will dieses System einmal ausprobieren, weil es doch sehr, sehr günstig ist. Ich habe es zum Beispiel bei Ebay für 150 Euro bekommen und es wird vertrieben von Ottmarkt. Das sieht man auch hier vorne. Das ist der Verkäufer. So nennt er sich einmal bei Amazon als Händler. Bei Ebay findet ihr ihn unter dem Namen Blitzversand 2011. Ein kleiner Tipp am Rande, macht einen Preisvorschlag bei Ebay, dann kriegt ihr das Ganze auch genauso günstig wie ich für 150 Euro. Was werden wir jetzt genau machen? Wir werden einmal hier reingucken, was wir hier alles drin haben in diesem Set. Das einmal auspacken, aufstellen und ausprobieren, wie gut das Ganze funktioniert, weil wir wollen ja wissen, was kriegen wir für unser Geld. Vielleicht erst mal zur Verpackung. Da sind nämlich ein paar nette Daten drauf. Zum Beispiel hier vorne haben wir auch noch direkt die Daten mit drauf, dass das Ganze ungefähr 10 bis 11 Kilo wiegt. Und wir haben natürlich auch noch die ungefähren Maße, nämlich 17 mal 27 mal 30 Zentimeter ist das Ganze groß. Also anders gesagt, es ist 71 Zentimeter lang, 27 Zentimeter breit und 30 Zentimeter hoch dieses Paket. Es ist auch schon etwas schwerer. Und jetzt packen wir die Tasche einmal aus. So. Und dann schauen wir einmal, wie das Ganze dann hier drin aussieht und schauen uns hinten halt genauer an und testen alles durch. So. Dann schauen wir mal in die Tasche von der Beleuchtung rein. Wir haben hier oben einen Griff, womit wir das Ganze tragen können, das mit einem Klettverschluss zugemacht, so dass wir dann das auch auseinandernehmen können. Ansonsten äußerlich ist jetzt an der Tasche nicht viel zu erkennen. Es ist wirklich ein No-Name-Produkt. Es ist nichts vorhanden, kein Branding. Und hier vorne haben wir dann auch schon direkt die beiden Reißverschlusszüge und können das Ganze aufklappen. Das Besondere noch hier an der Tasche selber ist, es sind hier noch so einzelne Reißverschlüsse mit drin, wie hier zum Beispiel. Da sieht man dann auch, wie das Ganze aufgebaut ist. Man hat also diese beiden wattigen Plastikschichten und dazwischen ist einfach eine Holzschicht dazwischen. Das heißt, wenn das mal irgendwie kaputt gehen sollte, kann man es immer noch selber unterfüttern. An den Seiten sieht man auch noch hier, genauso wie auf der anderen Seite, einen Ring, wo man dann nämlich dann so ein Schultergürtel dann einfach durchziehen kann und man kann es einfach lässig über die Schulter tragen. Gut, dann gucken wir einmal in die Tasche genauer rein, was wir alles drin haben. Man sieht hier schon direkt, die Lampen sind hier drin. Wir gehen einfach auf die einzelnen Komponenten nochmal näher ein gleich. Also die drei Lampen hätten wir als allererstes. Das wäre natürlich ein bisschen wenig, wenn das jetzt schon alles gewesen wäre, aber wir haben hier zwei Böden insgesamt eingebaut. Das heißt, wir können das hier einfach rausnehmen und kommen dann direkt zur zweiten Schicht. In der zweiten Schicht haben wir in dieser Tüte den Galgenarm. Den gucken wir uns auch gleich einmal näher an. Dann haben wir drei solche Tüten hier drin. Dann sind die Lichtlampen enthalten, beziehungsweise nicht die Lampen, aber die Lampenschirme. Wie gesagt, drei Stück insgesamt. Gucken wir uns gleich auch einmal näher an. Dann haben wir hier vom Galgen den Mechanismus, um das Ganze auf ein Stativ aufzusetzen. Dafür ist dieser untere Part hier da und natürlich auch die Rolle praktisch, wo wir unseren Ausleger sozusagen einsetzen können. Das Ganze kann man einfach hier rüber aufmachen und locker drehen und hier kann man es dann entsprechend einführen. Ganz nett ist auf jeden Fall, dass man, wenn man zum Beispiel hier das festgesetzt hat und hier ein bisschen Platz enger hat mit der Hand, kann man ganz einfach das hier abziehen und an eine andere, bessere Stelle setzen, sodass man da neu ansetzen kann. Ganz praktisch eigentlich. Das war aber noch nicht alles vom Galgen. Zwei Teile kommen noch hinzu. Einmal das hier. Damit der Galgen standfest ist, gibt es praktisch dieses kleine Ding. Da kann man nämlich ein Gegengewicht ranhängen. Das heißt, es wird einfach hinten auf der Stange das hier festgedreht und hier kann man entsprechend ein Gegengewicht anhängen. Das Gegengewicht kommt hier rein. In diese Tüte hier nämlich. Die besteht aus zwei Taschen sozusagen. Die sind beide mit einem Klettverschluss versehen. Und da kann man irgendein Gewicht dann rein tun und das dementsprechend dann hier an diesen Haken dann dran machen. Ich kann es dir einmal kurz zeigen. Das will mal entsprechend da dranhängen, um dann ein Gegengewicht zu schaffen, sodass unser Galgen nicht umfällt. Jetzt sind wir mit der Schicht auch schon wieder fertig. Das heißt, wir können schon in die unterste Schicht reingehen. Dort haben wir nämlich unsere drei Stative. Und jetzt gucken wir uns alle einzelnen Komponenten mal an. Beziehungsweise etwas genauer an. Fangen wir am besten wieder von vorne an. Schauen wir uns einmal die Lampe an. Mitgeliefert werden drei 85 Watt Energiesparlampen. Ziemlich groß, also wenn man es mal vergleicht mit meiner Hand. Die sind schon ziemlich mächtig, sind schön hell, energiesparend und haben auch den Riesenvorteil, sie werden nicht super heiß. Das heißt, also man kann auch ruhig den Lampenschirm dann immer noch anfassen, obwohl sie schon mehrere Stunden in Betrieb sind. Sehr praktisch. Davon gibt es insgesamt drei Stück. Dann gehen wir weiter und schauen uns einmal dieses Gerät an. Das ist ja praktisch unser Ausfahrarm für den Galgen. Dieser Arm hat insgesamt eine Länge von 1,35 Meter ohne den Kopf jetzt und kann also schön weit ausgefahren werden. Hat hier auch wieder eine Drehmutter, um das Ganze festzuschrauben. So ist er jetzt voll ausgefahren und kann dann dementsprechend eingesetzt werden. Ungefähr ein Prinzip wie bei Luftpumpe. Hier hinten haben wir nämlich ein Loch, damit auch die Luft wieder entweichen kann, wenn wir das Ganze zusammenschieben. Also wie eine Luftpumpe praktisch aufgebaut. Hieran können wir auch noch dann schön weiter den Rest demonstrieren. Einmal hier das Ganze, um das festzuziehen. Das können wir einmal losschrauben. Wir können dann einmal schauen, dass wir das einsetzen. Na, will nicht ganz durch. Das können wir noch weiter losschrauben. So. Mit etwas Druck geht es dann durch und kann dann natürlich dementsprechend festgeschraubt werden. So hätten wir jetzt das Ganze ziemlich waagerecht. Können das Ganze natürlich auch losmachen und dann dementsprechend das dann einstellen und festmachen. Wenn natürlich dieser Part dann ganz einfach auf das Stativ festgemacht wird. Das heißt, wir drehen das hier los, stecken das Stativ bzw. den Stativkopf rein, der ja so aussieht wie hier vorne die Spitze praktisch und können das einstecken und dann dementsprechend ausrichten. Damit das Ganze natürlich nicht umfällt, haben wir ja natürlich, wie schon gesagt, hier dieses Gegengewicht. Das Gegengewicht können wir ganz einfach hier hinten dann anbringen. Dazu ziehen wir es einfach immer weiter auseinander, bis es irgendwann dran kommt oder reinkommt. Und dann können wir es hier festzogen und können dann dementsprechend ein Gewicht hier dranhängen. Okay, das war es eigentlich soweit von dem Galgen hauptsächlich. Sonst gucken wir uns natürlich noch die Lampenschirme selber an. Die kommen in diesen praktischen kleinen handlichen Tüten. Insgesamt drei Stück. Wir haben ja drei Lampen. So sieht so ein Lampenschirm aus. Sehr klein und kompakt zusammengefasst. Schauen wir uns erstmal das an, was wir dran haben. Hier haben wir ein ungefähr zwei Meter langes Kabel dran. Der Anschalter ist sehr nah an der Fassung hier praktisch. Das heißt, wir haben den nicht ganz weit am Ende an der Steckdose, sondern wirklich nah hier am Griff. Auch hier haben wir wieder genau das gleiche System, um das an ein Stativ dran zu machen. Hier haben wir wieder einfach eine Schraube, die wir zurückziehen können und können dementsprechend den Stativkopf hier einführen und das Ganze festschrauben. Hier an der Seite haben wir noch die Möglichkeit, die Neigung einzustellen. Das ist auch mit einer leichten Rastfunktion, wie man es ja auch hört und kann das dementsprechend feststellen. Sobald die Lampe eingebaut ist und man hat es ungefähr auf diesem 90 Grad Winkel und macht das Ganze los, dann saust der Kopf schon schnell nach unten. Das tut er jetzt schon durch das Gewicht. Also darauf sollte man dann achten entsprechend. Das ist kein Gegengewicht praktisch hiermit eingebaut. Dass die Verarbeitung nicht ganz hundertprozentig ist, sieht man einmal daran, dass hier praktisch das nicht genau gleichmäßig anliegend ist. Also es ist hier nicht ganz geschlossen. Man kann zwar nicht durchgucken, aber es ist nicht ganz hier drüber gezogen. Und vor allen Dingen, es fällt einem auf, wenn man dann sich den Schirm genauer anguckt und das Licht ist an, dann sieht man doch, dass dieser Stoff nicht hundertprozentig lichtdurchlässig ist. Man kann praktisch dadurch das Licht etwas durchsehen. Macht aber nichts, Lichtausbeute ist trotzdem gut. Gucken wir uns natürlich noch das Innere an. Hier haben wir einmal dann einen Diffusionsstoff. Den schauen wir uns gleich an. Und im Inneren finden wir halt unsere ganz normale Lampe oder Lampenfassung. Das ist eine normale E27-Fassung. Und um diesen Schirm dann praktisch benutzen zu können, müssen wir das Ganze einmal einfach hier aufdrücken. Wir brauchen ein bisschen Übung, weil man es ziemlich gleichmäßig drücken muss. So. Und schon ist die Box aufgebaut. Hier oben sehen wir dann auch Klettverschlüsse. Die sind extra für diesen Diffusionsstoff. Den machen wir jetzt auch einmal dran. Also wirklich an jeder einzelnen Seite ist so ein Klettverschluss angebracht. Und jetzt machen wir einfach mal einen Diffusionsstoff drauf. Bei jedem Lampenschirm ist so ein Diffusionsstoff dabei. Das ist praktisch so ein einfaches Tuch, was dabei ist. Was ein bisschen abgekantet ist an den Seiten. Und man kann das ganz einfach aufbringen. Man geht hin und setzt hier oben erstmal an. Drückt das Ganze an den Klettverschluss fest. Und kann dann die jeweiligen Ecken erstmal aufsetzen. Und kann dann entsprechend an den Seiten fortfahren. Das heißt also auch wieder hier den Klettverschluss festdrücken. Unten bis zur Ecke gehen. Und drüber ziehen. Gehen wir einmal hier oben entlang. Auch wieder hier an der Seite entlang. Den Klettverschluss festdrücken. Entlang gehen. Jetzt merkt man schon, dass es sich spannt. Auch wieder festmachen. Und auch hier unten festdrücken. Und schon haben wir einen Diffusionsstoff drauf. Ist zwar jetzt nicht ganz glatt. Aber es macht auf jeden Fall ein sehr schönes, weiches Licht. Und verteilt das Ganze auch deutlich besser. Ist auch sehr, sehr gut für die Augen. Wenn man in das direkte Licht rein starrt. Ohne diesen Diffusionsschutz. Dann ist das doch etwas heftig für die Augen. Jetzt fehlt noch eine einzige Sache, die wir gerade eben nur ganz kurz gesehen haben. Nämlich das Stativ. Ist zwar jetzt hier ein bisschen angedellt, aber das macht nichts. Interessant ist außerdem, da es ja direkt in diesem Karton nur verpackt ist. Merkt man also, dass die Verpackung recht gut gepolstert ist. Da ja nichts kaputt gegangen ist. So. Die Stative sind folgendermaßen aufgebaut. Und zwar gibt es insgesamt... Nicht verschwinden. Gibt es insgesamt zwei Stufen, die man ausfahren kann. Insgesamt kann das Stativ bis zu einer Höhe von 1,89 Meter eingestellt werden. Ohne den Kopfhärz hinzuzurechnen. Dabei hat es dann hier bei den Füßen eine Standbreite von ca. 69,5 Zentimeter. Wenn man jetzt also praktisch zwei Punkte auseinander misst, wie weit die Füße auseinanderstehen. Okay. Das Besondere, was man hierbei beachten muss, ist es praktisch eine Feder eingebaut. Das merkt man auch, sobald man das Ganze hier aufmacht. Schnellt etwas raus. Das muss man auch bedenken, wenn man hinterher das Ganze wieder zusammenpackt. Das heißt, man muss mit etwas Druck das Ganze zusammenschieben und dann wieder zuspannen. Nur dann passt es auch wieder in den Karton hinein. Und jetzt kann man das Ganze hier weit ausfahren. So wie ein normales Stativ dann auch. Mit dem Aufstellen des Fußes verhält es sich so wie bei anderen Stativen. Man nimmt einfach alle drei Füße hier praktisch einmal raus. Und kann das Ganze dann gleich ziehen. Und drückt hier vorne das Ganze dann runter. Ja, will gerade nicht. Ist vielleicht ein bisschen zugedreht. So, jetzt geht es schon einfacher. Da fährt man das Ganze einfach auf und stellt es entsprechend natürlich so hin, dass man einen festen Stand hat. Und wenn man diesen erreicht hat, dann dreht man das Ganze wieder fest. Und kann somit das Ganze aufstellen. So, wir gehen jetzt hin und bauen das Ganze einmal auf. Das heißt also, die drei Stative, die drei Lampen bauen wir auf. Natürlich auch den Galgen. Und schauen uns das Lichtresultat einmal an. Schauen wir uns zunächst einmal so eine Standardlampe an. Davon haben wir insgesamt zwei Stück. Der Galgen bildet hier eine Ausnahme. Wie wir hier sehen können, ist das Ganze jetzt hier aufgebracht auf dem Stativ. Wir haben hier an der Seite praktisch das hier einfach aufgesetzt. Man kann das ja hier mit der Schraube lösen. Und einfach drauf sitzen. Und auch dementsprechend mit der Schraube festdrehen. Wenn wir das natürlich nicht ganz festdrehen, haben wir noch den Vorteil, dass wir das Ganze schwenken können. Das heißt, wir können hier schön den Lampenschirm noch bewegen. Und, wie schon gesagt, wir können natürlich auch die Neigung einstellen. Je nachdem, was wir gerne für eine Lichtposition haben wollen. Wir können es bis nach hier hinten hin insgesamt einstellen. Also eine Rückbeleuchtung sozusagen machen. Ansonsten, von der Einstellmöglichkeit her oder Einstellhöhe, schaffen wir ungefähr bis zu 1,80 Meter. Jetzt zeige ich euch einmal, wie man die Lampe anbringt. Dann sieht man auch einmal, wie das Ganze wirkt. Wir hatten hier diese tolle Energiesparlampe, obwohl sie gar nicht danach aussieht. Und machen die einmal in diese Keramik-Fassung ein. So, das Ganze ist jetzt eingebaut. Also fast die ganze Lampe wird ausgefüllt, allein schon durch diese Birne. Jetzt stecken wir das Ganze einmal ein. Und man merkt, es ist ein schönes, helles Licht. Lange reingucken kann man auf jeden Fall nicht, weil es doch sehr, sehr hell ist. Und damit kann man aber auf jeden Fall sehr, sehr gut ausleuchten. Wie schon gesagt, der Anschalter ist immer in der Nähe von der Fassung selber. Das heißt, ich brauche nicht irgendwo hinten an der Steckdose dann rumsuchen, sondern habe hier direkt die Einschaltmöglichkeit. Jetzt bringen wir noch den Diffusionsstoff auf. Und schauen uns dann einmal an, wie das Ganze wirkt. Wie schon gerade eben einmal gezeigt. Einmal hingehen an der Front, festdrücken, auf die Ecken ziehen. An den Seiten entlang gehen. Auch wie einen Klettverschluss dran machen. Die Ecken entsprechend ansetzen. Auch unten. Und die letzte Ecke. Und schon ist das Ganze fertig. Und wenn wir uns das jetzt einmal anschauen, das Ergebnis. Es ist viel, viel weicher, das Licht. Und verteilt sich auch sehr, sehr schön. So sieht also einer dieser Lampen aus. Und wie ich gerade eben schon erwähnt habe, wenn man etwas näher sich das Ganze anschaut, dann sieht man, dass dieser Stoff doch etwas lichtdurchlässig ist. Das heißt, man sieht hier dann so einzelne kleine, helle Stellen, wo dann doch das Licht durchdringt. Okay. Schauen wir uns jetzt als nächstes den Galgen einmal an. So, nun kommen wir zu dem sehr interessanten System, nämlich dem Galgen von diesem 403-Kit. Wir sehen jetzt hier den Galgen vollkommen ausgefahren. Das heißt, er soll bis zu seiner maximalen Höhe. Und man sieht, es biegt sich leicht durch, aber es steht trotzdem stabil. Und wir können, wie man ja sieht, schon eine große Distanz insgesamt erreichen. Und somit ganz gut das aus dem Bild schaffen. Was man bedenken muss, man sollte eine höhere Deckenhöhe als 2,40 Meter haben, um das wirklich schön einstellen zu können. Bei mir fehlt halt jetzt der letzte Tick, um es noch höher einstellen zu können, so dass ich wirklich hier den Lampenschirm noch aus dem Bild raus habe. Wichtig dabei ist bei Installationen vom Galgen, es gibt hier bei diesem runden Kreis sozusagen, wo man dann ja diesen Stativarm einsetzen kann, insgesamt zwei Löcher. Einmal für dickere Stative und einmal für dünnere. Es ist wichtig, dass man natürlich das dünnere hier für den Arm nimmt, weil sonst hat man das Problem, dass der Stativarm immer wieder zurückrutscht, vorrutscht und er sitzt nicht wirklich. Man kann ihn nicht wirklich festdrehen. So in diesem Zustand. Ich brauche jetzt nicht das hier extra losdrehen, um die Höhe verstellen zu können. Das kann ich jetzt immer noch machen. Als Gegengewicht habe ich dann ganz einfach alte CDs genommen, die ich gefunden habe. Die habe ich mir dann in diese Beutel reingetan, wie bei vielen anderen Beuteln, wo man Wasserflaschen reintun kann. Das geht hierbei nicht. Dafür sind die Taschen einfach zu klein. Jetzt sind hier ungefähr so 50 CD-Rohlinge drin. Und das reicht auf jeden Fall als Gegengewicht dann auch aus für die maximale Höhe. Was man leider hierbei noch kritisieren muss beim Galgen, wir haben keine Kabelführung. Das heißt, wir müssen einfach das Kabel hier über den Arm herlegen. Und am Ende reicht es noch nicht mal bis zum Boden. Das heißt, wir erreichen gerade mal hier unten dann die letzte Einstellungsmöglichkeit bei den Füßen mit dem Kabel. Wir müssen also irgendwie ein Verlängerungskabel einsetzen, um das ganze System noch einschalten zu können. Gleichzeitig haben wir noch den Nachteil, wir hatten zwar bisher immer die Einschalter hier bei den Lampen in der Nähe. Dadurch haben wir aber auch den Nachteil, dass wir jetzt uns immer unwahrscheinlich strecken müssen, um da dran zu kommen, um das Licht einzuschalten. Das ist schon ein kleiner Nachteil. Da wäre es schön gewesen, wenn es vielleicht eine Lampe gäbe, wo der Schalter etwas weiter unten ist. Aber ist leider nicht der Fall. Okay, aber ansonsten steht das System eigentlich ganz gut. Wenn man natürlich die entsprechende Höhe oder Deckenhöhe dann hat, dann kann man natürlich das ganze Stativ dann weiter aus dem Bild herausstellen und wunderbar einsetzen. Ich würde jetzt das Stativ etwas zur Seite stellen. Man wird es zwar immer noch im Bild sehen können, weil die Deckenhöhe hier einfach zu niedrig ist. Und dann schauen wir mal, wie das dann aussieht, wenn ich wirklich alle drei Lichter im Einsatz habe. Weil jetzt momentan habe ich den rechten und den linken Scheinwerfer an und es fehlt noch der Galgen. So, nun steht der Galgen hier. Ich habe mir jetzt eine Verlängerung einfach gebastelt, die einmal an dem Galgen befestigt ist und in die Steckdose reinläuft. Mit einem praktischen Schalter, sodass ich das Ganze einfach einschalten kann. Jetzt kann ich mich hier perfekt in den Lichtstrom stellen und werde dann von oben auch entsprechend noch besser ausgeleuchtet, um wirklich die restlichen Schatten zu eliminieren. Das heißt, so von rechts und links kommt das Licht und von oben. Somit würde ich sagen, ist der Galgen eigentlich ganz gut. Sofern man natürlich dann eine passende Deckenhöhe hat, kann man auch die Höhe entsprechend einstellen. Er steht auch recht stabil, man sollte aber nicht ohne Gegengewicht arbeiten, sonst funktioniert das Ganze nicht. Noch ein kleiner Tipp. Am besten einen Fuß in die Richtung stellen, wohin der Galgen steht, sodass er in die Richtung nicht kippen kann. Das ist nochmal ein Tipp von mir. Und wie gesagt, eine Verlängerung, zum Beispiel mit so einem Schalter, ist sehr, sehr praktisch. Dann braucht man nicht immer oben hingreifen. Einzige Voraussetzung ist natürlich, dass man dann den Schalter oben einschaltet, weil sonst kann man hier mit nichts anfangen. So, nun zum Fazit. Also, das 403 Fotostativ-Kit oder Fotolampen-Kit hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Für 150 Euro ist es auf jeden Fall von der Qualität her annehmbar. Es ist jetzt nicht die allerhöchste Qualität. Man merkt das am Galgenstativ. Es biegt sich etwas durch. Es ist jetzt nicht wirklich super mega stabil. Aber es reicht für seine Zwecke auf jeden Fall. Sehr praktisch ist, dass man es natürlich in der Tasche transportieren kann. Alle drei Komponenten, also die beiden Seitenlampen sozusagen und den Galgen. Das ist sehr, sehr gut. Man kann natürlich auch die Tasche mit anderem Stoff befüllen, beziehungsweise anders auspolstern. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Was man bemängeln muss, ist, dass zum Beispiel beim Galgen der Einschalter oben an der Lampe sitzt, wie bei allen anderen Komponenten auch. Bei den Softboxen an den Seiten ist das nicht so störend, weil wir da ja leicht rankommen. Aber hier beim Galgen ist das ein bisschen problematisch, weil wir dann wirklich nach ganz oben greifen müssen, um das überhaupt einschalten zu können. Das ist ein bisschen negativ. Auch sehr negativ fand ich, dass keine Anleitung dabei war. Zum Beispiel mit dem Galgen musste man darauf achten, auf dieses kleine, runde Ding praktisch, wo der Arm insgesamt eingebaut ist. Dort gibt es zwei Einsteckmöglichkeiten. Einmal für einen etwas dickeren Arm und einmal für einen dünneren Arm. Und wir mussten das Loch für den dünneren Arm benutzen, weil beim dickeren Arm hatten wir das Problem, wenn wir dort diesen Arm reingeschoben haben, dann ist er immer wieder zurückgerutscht und wir hatten keinen wirklichen festen Stand. Es wäre schön gewesen, wenn da eine Anleitung dabei gewesen wäre und das von Anfang an geklärt hätte, das hätte sehr, sehr viele Probleme ersparen können. Das muss man vor allen Dingen beachten beim Galgen. Und vor allen Dingen wichtig ist auch, dass man natürlich ein Gegengewicht anbringt, was entsprechend den Galgen hält. Beim Galgen muss man auch am meisten experimentieren, um das Gewicht insgesamt auszugleichen, die Höhe einzustellen und so weiter. Aber in voll ausgefahrener Form und einem entsprechenden Gegengewicht, zum Beispiel in Form von CDs, funktioniert das Ganze eigentlich ganz gut. Wenn man dann natürlich noch die entsprechende Deckengewicht hat, dann kann man das Licht noch höher setzen und das Ganze sieht dann noch besser aus. Ansonsten, die Lampen bringen eine sehr schöne Farbtemperatur von 5600 Kelvin. Das ist sehr schön und bietet auch schönes helles Licht. Jetzt ist der komplette Raum auch nur durch diese Lampen belichtet. Also wir sehen, es ist schon ziemlich gut als Lichtquelle. Die Softboxen, also der Diffusionsfilter, macht das ganze Licht auch schön weich, macht das nicht so aggressiv für die Augen und es ist wirklich angenehm, in diesem Licht zu stehen. Ein Negativpunkt würde mir noch einfallen. Man hört ein ganz leichtes Surren von den Lampen. Also ich stehe jetzt ja auch zum Beispiel unter dem Galgen und man hört ein ganz leichtes Surren. Wenn man sehr, sehr empfindliche Mikrofone hat, dann könnte man es vielleicht hören. Das sollte man vielleicht auch noch beachten. Ich weiß jetzt nicht, ob es an den Lampen liegt, an den Fassungen oder was es genau ist oder ob das einfach nur an der günstigeren Produktion liegt. Auf jeden Fall hört man ein ganz leichtes Surren, aber das ist wirklich nicht so extrem. Also alles in allem hat mir eigentlich das System sehr, sehr gut gefallen. Ich würde es eigentlich noch mal kaufen. Vielleicht gäbe es noch die eine oder andere Überlegung, dann den Galgen durch ein etwas professionelleres System zu ersetzen, zum Beispiel von Manfrotto, um da noch mehr Stabilität reinzukriegen und vielleicht noch mehr Höhe hinzukriegen, dass man das wirklich waagerecht an der Decke entlangführen kann. Momentan ist es ja wirklich in so einer 45-Grad-Winkelung insgesamt und bei der niedrigen Deckenhöhe kriegt man es dann nicht wirklich so gut hin, den Lampenschirm aus dem Bild zu kriegen. Naja, das war mein Testbericht soweit. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns bestimmt beim nächsten.